Wahrscheinlich leben die Amerikaner und wir bald in ziemlich verschiedenen Welten, denn die eine Notenbank, nämlich die FED, die versucht zumindest etwas gegen die Inflation zu tun, weil der politische Druck groß ist und die andere Notenbank, die macht einfach gar nichts, die ignoriert das Problem und sagt, das wird schon wieder werden. Wir hoffen einmal, also das eine ist eine aktivere Haltung, das andere ist eine religiöse Haltung, dieses Beten, die Inflation möge schon runterkommen, weil wir es uns so deutlich wünschen und jetzt kommt noch oben drauf, dass wir hier in Deutschland eine Bundesregierung haben, die die inflationären Tendenzen noch verstärken wird. Das alles kann ich Ihnen am US-Feiertag erzählen, wir wollen uns diese zwei verschiedenen Welten mal genauer anschauen. Zunächst mal die FED, jetzt hat Goldman Sachs gesagt, oh, wir erwarten ein deutlich schnelleres Tapering, mit denen also wird die Reduktion der Anleihekäufe beschleunigt. Ab Januar, so sagt Goldman Sachs, werden 30 Milliarden im Volumen von 30 Milliarden Dollar Anleihen weniger gekauft. Das ist schon mal eine Hausnummer, bisher sollten es ja nur 15 sein, so die bisherige Projektion. Dann sagt Goldman Sachs also nicht nur die 30 Milliarden Dollar, die man hier dann weniger kaufen wird pro Monat, sondern dann wird man auch im Frühjahr schon fertig sein mit dem Tapering. Dann wird man warten, so Goldman Sachs, und wird dann im Juni beginnen, die Zinsen anzuheben und wird dann insgesamt drei Zinsanhebungen machen. Das ist also zumindest der Versuch, irgendwie nicht sich von der Entwicklung überrollen zu lassen, sondern in irgendeiner Form aktiv zu werden, auch wenn natürlich viele Faktoren wie Lieferkettenengpässe, wie Materialmangel nicht wirklich hier im Bereich der Notenbank liegen. Aber es ist so, dass die Fed etwa ja durch den Kauf von sogenannten Hypotheken-besicherten Anleihen, also diesen Mortgage-backed Securities, eben dann noch wirklich direkt die Inflation schürt, indem sie den Immobilienmarkt weiter anheizen. Aber jetzt hatten wir diese zwei Erklärungen unmittelbar nach Neunominierung von Jerome Powell und Neunominierung von Lyle Brainard als Fed-Vize, wo wir ganz klar sehen hier So sagte es Paul, also Bekämpfung der Inflation als oberstes Ziel jetzt. Arbeitsmarkt ist im Grunde jetzt schon so hot, so eng, dass man da nicht mehr viel tun muss. Ähnlich hat es Lyle Brainard gemacht. This means getting inflation down. Was hören wir von der EZB? Das Gegenteil, Madame Lagarde schließt im Grunde für das Jahr 2022 Zinsanhebungen aus. Aber kommen wir zunächst nochmal zu den Aktienmärkten. Hier sehen wir mal die Relation zwischen Growth und eben Value. Wir sind jetzt in einer Situation, die nicht mal auf dem Hochkopf der Dotcom-Blase so war, dass Tech also Value outperformt, dass das nicht mehr ewig weitergeht und Tech eben dann besonders gefährdet ist, wenn die Geldpolitik gestrafft wird. Es wird ja dauern, bis erstmal das Tapering dann komplett durch ist, bis also keine neuen Anleihen mehr gekauft werden, aber eben auch nicht mehr so lange. Und dann ab Mitte nächstes Jahres circa Zinsanhebungen, wenn Goldman Sachs recht hat. Dann wäre Tech der falsche Ort, um zu bleiben. Zumal, wenn wir uns mal anschauen, was mit der Lockerung der Geldpolitik in den USA passiert ist, bei den verschiedenen Indizes. Da hat der Nasdaq 100 etwa seit dem Tief im März 2020 127% gewonnen. Der S&P schon deutlich weniger und noch weniger der Dow Jones. Also wir sehen hier diese ganz klare Lücke. Dementsprechend dürfte Value bei einer etwas riederen Geldpolitik dann deutlich zulegen. Aber vergleichen wir jetzt mal dann die Inflationsraten in den USA, in Europa und in der Schweiz. Das hat Andreas Beck heute oder gestern gemacht bei einem Interview bei Mission Money. Hier sehen wir ganz oben, da orange, sind die Amerikaner. Dann kommen wir und viel weiter. Da unten ist die Schweiz, die hat knapp über 1% Inflation. Das ist eine ganz andere Welt als unsere 4,5%, die wir derzeit haben. In Deutschland dürfte es ja bald auf 6% gehen, wenn die Bundesbank recht hat. So wo es bei den Amerikanern schon ist, mit 6,2%. Und jetzt schauen wir uns auch mal die Realrenditen an, die ja sehr wichtig sind, weil meistens die Rentenersparnisse eben in vermeintlich sicheren Anleihen sind. Und hier sehen wir mal die Realrenditen, die sind etwas negativ in der Schweiz. Die sind fast gleich negativ in den USA wie auch in Europa. Also es sieht schon so aus, dass die Geldpolitik einer Notenbank durchaus was mit Inflation zu tun hat. Das könnte man zumindest aus diesen Charts hier mal schließen. Aber die EZB, wie gesagt, die sagt, 2022, so sagt es zumindest Lagarde. Nein, da sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, dass wir Zinsanhebungen machen. Dabei weiß die EZB, wie kein Mensch, eben sonst auch, wo die Inflation hinläuft. Was ist, wenn wir mal 10% haben, sagt dann die EZB, nee, da machen wir nichts. Wir kaufen weiter Anleihen. Wenn wir da dieses PEP-Programm beendet haben, dann nehmen wir halt ein neues Programm hier und machen das. Das ist die große Frage. Das eigentliche Problemkind, das hatte ich schon mal gesagt, ist Frankreich. In der Gesamtverschuldung deutlich höher verschuldet als Italien. Wenn man mal die Privathaushalte mit einrechnet, wenn man den Privatsektor mit einrechnet und all das zusammen mixt. Und wie der Zufall es will, ist die EZB-Chefin eine Französin. Und es ist der Treppenwitz der Geschichte schlechthin, dass jetzt Mitarbeiter der EZB, die gewerkschaftlich organisiert sind, sagen, ihr EZB schützt uns nicht ausreichend vor Inflation. Das geht so nicht. Das ist wirklich einer der lustigsten Dinge. Man verlangt jetzt mehr Geld, weil man sagt, wir brauchen einen Inflationsausgleich. Wohlgemerkt, Mitarbeiter der EZB. Das ist einer der lustigsten Geschichten dieses Jahres. Und die Tendenz geht weiter nach oben. Etwa hier Carbon. Das ist ja praktisch der moderne Ablasshandel für Energieverschmutzung. Also irgendein energieintensives Werk. Eine Firma, die viel Energie verbraucht, muss eben solche Carbonabgaben, solche Zertifikate eben erwerben. Und die Preise dafür sind heute auf ein neues Allzeithoch gestiegen mit 74,39 Euro für die Tonne. Also auch das inflationär, weil dadurch steigen natürlich die Kosten für die Unternehmen, was sie dann wiederum an die Verbraucher weitergeben. Wir sehen schon die Folgen zum Beispiel dieser Energiekrise. Da sind jetzt in Großbritannien etwa sage und schreibe 25 Unternehmen bereits über den Jordan gegangen. Das ist jetzt nochmal zwei neue mit den Firmen Antis Energy und Orbit Energy. Also das kracht schon an allen Fronten. Und jetzt sehen wir hier in Deutschland, wenn wir nach Deutschland kommen, dass die Strompreise hier nochmal deutlich zulegen. Fast auf einem Allzeithoch. Warum? Weil jetzt das Wetter kalt wird, meine Damen und Herren. Vor allem in der zweiten Wochenhälfte am Wochenende kann es schon in Teilen Deutschlands, vor allem im Süden, möglicherweise im Osten richtig schneien. Es wird kälter und das wird an den Märkten eingepreist. Vielleicht auch, dass wir da eine Bundesregierung haben, die da sich sehr intelligent verhält. Vielleicht wäre intelligent, so wie Daniel Stelter es hier zeigt, Energie ist Wohlstand, darum gewinnt, wer Wege zu billiger, sicherer und klimaneutraler Energie findet. Nicht der, der glaubt, die Lösung läge im Verzicht. Aber ich fürchte, dass die, dass Teile der neuen Regierung genau das eben glauben, dass die Lösung der Probleme letztendlich im Verzicht liegt. Während die Chinesen eben weiter Kohle aufbauen ohne Ende, verzichten wir. Das ist der Schluck, das ist weitreichend. Das ist am deutschen Wesen wird die globale Welt genesen. Die Energiewende sollte intelligent statt ideologisch durchgeführt werden. Und genau das passiert leider nicht. Und das sehen wir, hier soll ja ab 2030 Kohle dann eingestellt werden, was ja grundsätzlich total gut ist, weil das ist wirklich eine Drecksenergie, wenn man so will. Aber dann muss ich eben die Alternativen haben, wenn ich dann gleichzeitig noch die Atomkraftwerke abschalte. Und das würde bedeuten, ich hatte es heute Morgen schon gesagt, dass wir jetzt etwa 8000 Fußballfelder Solarmodulflächen bereitstellen müssen und 1200 Windkraftanlagen der Superklasse. Wir haben, glaube ich, im Jahr 2021 kein einziges neues Windkraftwerk hier zustande bekommen. Hängt mit Genehmigungen zusammen mit Klagen von Anwohnern etc. etc. Und dann also in neun Jahren soll es 1200 sein. Das wären also im Jahr mehr als 100. Faktisch ist das kaum mehr möglich. Aber wir werden uns dann schon irgendwie zu helfen wissen, sonst müssen wir halt vielleicht nach Afrika. Da ist es dann ein bisschen wärmer. Und die Bundesregierung, die heizt die Inflation an, etwa durch die Minimumlöhne, also durch die Mindestlöhne, was an sich eine gute Sache ist, weil dann eben zumindest die unteren Schichten nicht noch weiter abgehängt werden. Aber es ist inflationär. Dazu steigt dann ja auch CO2-Abgabe ab 1. Januar. Das hat die neue Bundesregierung, wenn sie denn kommt, nicht zu verantworten. Das wurde vorher schon beschlossen. Aber es gibt hier dann noch inflationäre Tendenzen, vor allem wieder im Hausmarkt, im Immobilienmarkt. Denn jetzt hat man sich hier mit der neuen Koalition verständigt, dass die baulichen Standards im Neubau und Bestand erhöht werden sollen. Das bedeutet, bauen wird teurer. Was wiederum bedeutet, dass weniger Leute sich das leisten werden können. Also der Wahnsinn könnte dann weitergehen, politisch gewollt. Allein wenn sie jetzt schon bauen wollen. Was da für Vorschriften sind, wie teuer das geworden ist, das ist im Vergleich zu 10, 15 Jahren einfach ein rapider Sprung, den man sich kaum vorstellen kann. Dementsprechend wird die Wohnungssituation, auch wenn hier die Koalition sagt, wir wollen 400.000 neue Wohnungen bauen, wahrscheinlich nicht einfacher werden. Im Gegenteil. Und es wird sich einiges ändern, etwa für Selbstständige. Es wird sich manches nicht ändern für die Rente. Die wird genauso unseriös aus Steuermitteln dann wieder gedeckt. Und in der Tagesschau wird uns dann erzählt, ja, also die Rentenkasse, die steht ja super da. Das ist natürlich alles Bullshit, meine Damen und Herren. Diese beiden Artikel werde ich Ihnen unten verlinken, unter dem Video verlinken. Schauen Sie sich das mal an, vor allem wenn sie das betrifft. Das ist vor allem für Selbstständige ein großes Thema. Vor allem diejenigen, die neu selbstständig werden, die betrifft das. Und die Rente, da ist wirklich das alte Märchen am Start. All das sollten Sie sich mal anschauen, wenn Sie wissen wollen, was da mit der neuen Bundesregierung auf uns zukommt. Jetzt wünsche ich erst mal einen wunderbaren Feierabend. Über die Märkte brauchen wir heute nicht sprechen. Das war klar. Wenn die Amerikaner nicht hier die Weichen stellen, dann passiert bei uns ziemlich gar nichts. So war es auch heute. Ich wünsche Ihnen das allerbeste Servus und ciao.